Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Sleeping Dogs. Wir haben gerade die Kleinbus-Mission für die Triaden abgeschlossen und machen jetzt weiter mit entweder dem neuen Fall, Krankenhäuser, Kosten. Alles klar, wir machen noch die eine Gefälligkeit, die wir hier haben. Und dann werden wir unseren ersten Polizeifall abschließen. Hey hey, komm mal rein, ich habe eine spezielle Beine für dich. Hey hey, komm mal rein, ich habe eine spezielle Beine für dich. Ich kann nicht warten, für jemanden zu warten. Bleib mal locker Leute. Hey Big Ben! Entschuldigung, wo ist Shen? Was gibt's hier? Brandenäureis Bett? Ein Bett? Äh Leute. Komm mal rein, toll! Einençasst du wissen, wie du willst du. Ganz ruhig, stopp! Du bist dappen Ei, beivic. Hey, sexy Mann! Du willst hier, hier? Ganz ruhig... Heyvatmaetera schön, wommlio都! Er ist das Ding! Wer willst du? Frau Chu catxe,amba ich dich habla. Ich habe einen Freund von mir. Ich brauche einen Weg. Was brauchst du? Mein Mann ist in der Hospital und ich kann die Bälle bezahlen. Das einzige, was wir hier haben, ist unser Auto. Willst du es verkaufen? Nein, ich... 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 ich will es in der Harbe. Ich bin sicher, dass es wirklich gut ist. Okay. Ah, Versicherungsbetrug. Ich bin am überlegen, ob ich mir hier doch mal Klamotten kaufe, die vielleicht ein bisschen unsere Attribute pushen. Hier. So, gucken wir einmal hier. Was haben wir denn? Haben wir irgendwas mit extra? Fünf Prozent mehr Triaden-Dingens. So. Ist ja jetzt nicht so viel, ne? Der gibt gar nichts. Die gibt auch nichts. Oh, ist sinnlos. Okay. So, was haben wir hier? Wieder so'n Kasten. Hey, Big Man! Willst du ein neues Kasten? Hey, alle Branden hier sind echt. Ich habe spezielle Supplierer. Hey, CDs! All die besten CDs hier! Oh, was haben wir hier? Schaut mal, hier ist Michels Auto. Eine Berührung oder so. Und wir fliegen in die Luft. Super. Boah, der Speed. Okay, mehr als eine Berührung. Schweingart. Uh. Alter, der hat eine Beschleunigung. Alter, er soll ja nicht als asozial oder so gelten, ne? Ich meine jetzt... Wenn ich weiterreden würde, würde alter Schwede draus werden. Wuuuuh. Alles klar. Den Wagen haben wir versenkt. Jetzt haben wir, glaube ich, nur noch den Polizeifall als nächstes, ne? Oh, der Fall. Eine ruhige Fahrt haben wir auch noch. Machen wir auch noch. Hey, Wei. Kannst du mir helfen? Ja, klar. Was brauchst du? Okay. Ich weiß schon wieder, worauf es hinausläuft, denn. Okay. Okay. Was zur Hölle? Ach so, ist ja andere Seite. Wir sind in Hongkong. Äh, Shanghai. Äh, Dingens. Ich glaube, das ist doch Hongkong, ne? Leute, du musst doch nur einsteigen. Alter. Okay. Da war's wieder. So, wo bin ich jetzt? What the hell? Ja, let's go. Los geht's. Steig ein. Steig ein. Steig ein. Steig ein. Steig ein. Steig doch ein. Und... Tschüss. That asshole was speaking to my girlfriend. You can't just punch a cop. I know. Gotta have a getaway ready. I really appreciate it. What? A little warning would be nice. Oh, right. Okay. You don't pull this shit, you gotta learn to drive. Okay. Hey, think about dumping that girlfriend too, right? Well, she's not exactly my girlfriend. I really like her though. She's got a nice smile. Dress is real nice. You're not even dating her? Not yet, man. Gotta be optimistic though. You son of a bitch. Is he with that guy? What a getaway. Thanks, Wade. Next time I need to hit a cop. I know who to call. Come on. Good. Damit haben wir ihn auch glücklich gemacht. Ist halt nett, dass die halt so Kleinigkeiten einbauen, ne? Modetipp. Hai! Ja, ich weiß, normalerweise fängt man mit Story-Missionen an, aber ... .. .. .. .. .. .. .. .. durch irgendeine mission hier ein bisschen mehr gesundheit zu kriegen weil das ist echt amsinnig was man beziehungsweise ich brauche es halt weil ein bisschen ein übungsphase oder so brauche oder meine reaktionsvermögen nachgelassen hat keine ahnung vor zwei jahren lief das alles noch super schutz modetipp gut wo bist du oder fertig geparkt und einmal nach oben gelatscht ist hier nicht auch irgendwo was gewesen wir sind wahr so als wären hier überall diese gesundheitsbrunnen gewesen ja das wird eine verfolgungsjagd wenn ich mich nicht irre wow entschuldigung ja klar was für eine billige abdeckung ok ist nicht zu eng hier so eine teile werden später auch wichtig da ist eine kiste gut die stromkästen die ihr eben gesehen habt die sind für überwachungskameras wir können später überwachungskameras hacken und dann polizeimissionen mitmachen beziehungsweise irgendwelche gangster auffliegen lassen hey und zack und zack geht nicht okay schade muss ich erst euch fertig machen nein zu früh oh man ja wenn man einmal drückt weil man denkt dass was kommt und dann kommt nix ne dann macht er erstmal seine animation wieder zack jetzt zum beispiel schon wieder ne es gibt ja später auch so kampf club oder wie nacht nennt man die so ein kampf sport mission herausforderung irgendwie kampf über fünf runden gegen mehrere gegner so der ist weg man junge man muss echt auswendig lernen was die hier machen so der müsste langsam mal weg sein und der auch gut kam da jetzt noch einer schön damit haben wir die sache auch hinter uns wir kriegen immer schön ein bisschen geld nicht viel aber es wird sich noch summieren ich war mir grad nicht sicher ob ich aufnehmen ich brauche mich näher von da ne wer weiß ich komme halt nicht hoch hm gehen wir mal hier lang hier war dieses war hier nicht der kasten irgendwo kommt der hier erst noch ihr wisst ja vielleicht aus meinen anderen lps dass meine orientierung zu wünschen übrig lässt das ist in einem open world game dann noch viel druck lustiger wenn ich nicht nur an sachen vorbeirenne sondern einfach mal überhaupt keinen plan habe mehr wo ich überhaupt herkomme ok was war hier hier war er yo ja 3 von 40 in north point ne ich meine wir haben wieviel viertel haben wir denn hier wieviel viertel ja vier viertel haben wir sind ja viertel aber 40 alleine von diesen tresoren nur in dem einen viertel sind natürlich ne menge mir war auch so als gäbe es hier nicht irgendwo ja die zeigen mir nur die eingesammelten sachen an ne schade ähm hier müsste eigentlich irgendwo noch so ein gesundheitsbronnending sein ja ich weiß ich hab ungünstig geparkt leute habt euch nicht so so neuer fall neuer fall gut dann machen wir den jetzt auch ein das ist transpos auch was dass es sein das war ja fast gut gefangen Ich finde auch, man sagt ja immer In LPs muss man viel zu erzählen haben Oder man sollte Flüssig reden können und halt immer Die Leute unterhalten mit denen, was man labert Aber ich meine, es gibt auch eine Menge Leute, die inzwischen Schreiben oder sagen, sie möchten Gerne nur noch Walkthroughs haben ohne Kommentar Das heißt also theoretisch ein LP Mit nicht ganz so viel Gelaber drin Ist ja dann eigentlich ein guter Mittelweg Müsste man mal drüber nachdenken Ob man vielleicht sowas in Zukunft mehr macht Beziehungsweise ob halt die Was sagt eben für Leute Ob halt die LPs wirklich so gefragt sind Oder ob das einfach nur auf die Leute bezogen ist Die wirklich erfolgreich damit sind Weil die das halt irgendwie Witzig können oder witzig machen Und dass man dann halt guckt Ob man vielleicht so ein Zwischending zwischen Walkthrough Und LP hinkriegt Indem man einfach nicht ganz so viel versucht zu labern Ich meine, ich mache normal weiter wie vorher auch Aber ihr wisst ja, ich bin eher ein ruhiger Typ Und dann Was ist denn das hier? Keine Ahnung, ich gehe mal rein Das Problem mit Straßenrennen in der Gegend Läuft aus dem Ruder Fangen Gut Ich war zu lahm zum Lesen Ach, das ist ein Download-Inhalt Fahren Sie zum Rennen Nee, lass mal Ach komm, wir machen es Halleluja Voll 10 Linie erreichen Okay Wow Es sind aber einige Okay Ich bin jetzt gerade in einem Wagen, den man eigentlich erst In einem Download-Inhalt bekommt Mal sehen, ob ich ein paar davon kriege Bremse kenne ich gerade nicht Das sieht man vielleicht Ah, komm her Komm, 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 komm Oh Ich bin dran vorbei Hochen die jetzt alle hinter mir? Ah, das wird nichts Das wird nichts Guck mal, ich fahre völlig andere Strecke Ich dachte, ich muss Naja, gut Ja, komm, nee, lassen wir Gut, hat keinen Sinn Ne? Machen wir später Download-Inhalte machen wir später Wenn überhaupt Weil so aus dem Nix Nee, ey Jetzt bin ich wieder hier Egal Das ist egal Wir gehen jetzt zu unserem Fall Ich guck einmal auf die Uhr Sonst haben wir in dem Part nämlich nichts geschafft Man könnte fast sagen, wir machen wieder einen Cut Ey Komm, du hast einen Kain hier? Wir können ja auch nochmal gucken, was ein Kain hier ist Und dann Und dann Ganz toller Wagen So, mal gucken, was ein Kopf-Druck ist Entschuldigung War nicht so gemeint Sieht mir schon wieder nach so einem Download-Inhalt aus Weil das gab es alles nicht Das gab es früher alles nicht, Leute Mal gucken, vielleicht läuft es ja jetzt besser Ich krieg dich Komm, 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 komm Bam Oh, wo ist er? Oh, hat er gesessen? Er lebt noch HQ hat den Suspekt identifiziert Sie brauchen ihn in einem Stück und können zu sprechen In einem Stück ist natürlich schlecht Wenn man ihn überfahren möchte Ich hoffe, die sind jetzt nicht stärker oder so Nur weil die später eigentlich erst kämen Ah, eine coole Uniform Ah, aufpassen Zack, zack, zack Zack Ah, langsam läuft's Nicht zu früh, Freund Nicht zu früh, Freund Nicht zu früh, Freund Oh, aufpassen Zack Sie haben alle Verdächtigen getötet Ich meine, was... Naja Nochmal? Okay Komm, überhol mich Kann ja leider nicht nach hinten rum Ach, der fährt andersrum Ich bin so dran Ich bin so dran weiß... Das ist doch kommen Nee ich bin... Ich bin so dran Ich bin sorry Ich bin es Ja, wenn hier überall diese Geländer stehen, ne? Kein Wunder, wenn man überall gegen fährt. Oh, man hat ja auch den Blick auf das Zielfahrzeug und nicht auf irgendwelche... ...absperrungen, die hier mitten auf der Straße und die Spur halbieren. Ah, scheiß drauf, komm. So, komm her. Bam. Bam. Oh, der war scheiße, okay. Entschuldigung. Was? HQ hat den Begriff auf den Begriff. Sie brauchen ihn in einem Stück und können ihn sprechen. Du hast einen Telefon hier? Ja? Ja? Ja! Ja, das Ziel... Na? Na, wie geht denn das jetzt? Das konnte ich nicht lesen, war zu schnell da oben. Jetzt den Mund hau voll! Geht den Mund hängen! Geht den Mund hängen! Geht den Mund hängen! Das war's für uns! Das war's für uns! Ich hab' den Mund hängen! Geht den Mund hängen! Das ist so ein Gesundheitsbrunnen-Ding. Ich blick grad nicht, wie ich das... Hier muss da irgendwo Hinweise geben. So, hier, Tipps! Drücken Sie Kreis, während Sie Ziel gepackt haben. Aggressiv begegnen müssen. Ihre Gesundheit haben, damit Sie verhaften können. Alles klar! Gut! Äh... Kreis, während Sie ein Ziel verpackt haben. Gut, dann kloppen wir die also erstmal weich, und dann verhaften wir sie. Alles klar! Ja! Zack! Kann ich schon! Ja! Wunderbar! Nochmal eins! Wunderbar! Nochmal eins! Oh! Zack! Nochmal gegen! So! Geht das schon? Geht! Zack! Oh! Zack! Wir machen jetzt abwechselnd dort! Oh! Wir machen jetzt den Kopf! Oh! Oh! Er ist fertig! Wir haben ihn in Verhandlung! Geht! Dann haben wir jetzt die Sache noch erfüllt! Schön! Dass wir den Part wenigstens positiv beenden können! War aber auch ein Download-Inhalt, wenn ich mich nicht irre! Weil hab ich nie gemacht! Oder kann ich mich echt nicht dran erinnern? Hat mir auch kaum was gebracht! Yay! Okay! Na ja! Guck mal! Die haben sogar Regen schon mal hier! Wenn's regnet! Gehen die auf! Müsst du mal drauf achten jetzt! Na schönes Detail! Wir wissen, dass du noch nicht dein eigenes Fahrzeug hast! Kommt bei jederzeit, wenn du ein Auto kaufen willst! Oh ja? Wie viel würde das mir kosten? Keine Angst! Ich werde dir einen guten Geld geben! Sondern nicht essen! Naja! Ein Geld wertvoller Preis! Gut, wir können also... ...verschiedene Autos je nach Ansehensstufe kaufen... ...und wir können für den Fahrzeughändler auch Missionen erfüllen, indem wir ihm Autos besorgen... ...das kommt später! Die werde ich offline machen, weil die immer gleich ablaufen und keinerlei Story dahinter steckt! Diese Fahrzeugbesorgung... ...wenn... ...ja... ...ich mach jetzt erst mal einen Cut an der Stelle... ...schnell speichern, oder was das hier ist... ...jo... ...ja, wir möchten hier gerne... ...und wir möchten auch überschreiben... ...ähm... ...ja, dann mach ich jetzt erst mal einen Cut in der nächsten Mission... ...äh, in der nächsten... ...im nächsten Part... ...kommt die erste Polizei-Mission in der erste Fall! Bis dahin, alle Diute! Auf Wiedersehen! Tschüss!